so schön da bin ich wieder zurück wir spielen noch eine mal wieder eine 200 level easy parkour nein das nicht ich wollte mir die map angucken hier ist er soll wieder xp geben für den battle pass wir schauen sie uns an gucken ob es einen glitch gibt oder nicht denn ich glaube es gibt da tatsächlich ein xp glitch aber ich entmüde mich macht bereit und dann geht es los kannst du das kino streamt benachrichtigung bei seinem dc habe ich glaube ja okay ich gebe vor du bist fünf damit du mich die shops mir an den haaren ziehst wie die kleider vom leibpreis und mich verweidigst wir machen das anders ich gehe fünf levels vor okay nee okay 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 vip parkour 50 bonus level das okay hier ist eine katze ist aber nix schade findest du da was ja ja gut normal parkour zuerst oder bonus level der bonus level kannst du erst im nachhinein machen wenn du den normalen abgeschlossen hast also parkour stattet in acht sieben sechs du bleibst hinter mir wie er einfach weh drückt wie ich das siehst du hättest hinter mir bleiben müssen ok sprinten gibt es 15 ja 15 ep gibt es pro münze chillig ich bin noch 13 schade den will ich mitnehmen du hast mich wieder geschobst du sollst hinter mir bleiben habe ich gesagt ich hab dich von hinten weggeschobst ja ja runter dass du wieder vor mir bist fällt aus du darfst nicht vor mir sein du musst hinter mir sein ich weiß dass es hier einen xp glitch gibt ich hab dich von hinten weggeschobst du kennst den mit schon ne aber ich hab den glitch schon im video gesehen ne 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 morg ne ne die ist ja voll chillig bisher war halt echt nichts schwieriges dabei man sollte nicht immer sprinten daco mache ich auch nicht gibt es die kürze acht sind die falle umgang jetzt krieg ich auch noch 14 mein handy ich habe sie gesehen aber ich bin mir zweit gerannt ich habe das gesehen daco was denn ich habe die ausgelöst und du nutzt das aus wir haben sie gemeinsam gemacht wo hast du auch einmal wirklich im leben hinter mir bleiben oder musst du immer erster sein ich habe kein einziges mit bisher als erster beendet wenn man es ganz genau nimmt da ist immer schluss bleibt man stehen bleibt man steht wir können nicht durcheinander und wir können uns wirklich gegenseitig wegschubsen da müssen wir echt aufpassen naja bei dem schwierigkeitsgrad ist das jetzt auch noch nicht alter ich habe das gesehen das ist aber nur auf dieser map so definitiv weil sonst bin ich immer bei dir gelandet wir sind ja so häufig ineinander gelaufen guck da oben steht sogar da okay das ist aber echt man kann hier sogar fallen austricksen indem man einfach drüber klettert das ist sehr interessant ähm geht mal hier oben rein ich bin hier irgendwie zu 19 prozent nur aus dummheit gestorben ähm ja tode werden nicht mit gezählt ja weil niemand davon ausgeht dass man hier kritisiert ich bin hier oben was war das ich bin gar nicht gesprungen und irgendwie hat der mich aber in die luft gebourens nein ich hätte es wissen müssen alter das war knapp gerade ernst ich wollte drei überspringen habe aber nur zwei geschafft und bin übergeslidet ungefähr so okay ich schon wieder ich mache das jetzt das geht so ich habe nicht mal gesehen dass der roman ist scheiße ich war vergiftet also ich wundere mich die ganze zeit so hast du die ausgelöst nein ich bin links an der seite daco hoch secret vergiftet da oben ist ein secret nein kurz vorm speed trail ähm 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 hat's geschafft jetzt löst sie nicht alle aus die bin ich jetzt da gestorben kann da sind zwei seiten fallen aber es lohnt sich tatsächlich hier gibt es ja ordentlich xp wenn man die durch hat vor allem im vergleich zu den maps davor ist das ja einfach cheesy wie sieht also es einfach durch rennen naja nicht wirklich hat der das auch genutzt der arsch nein ich bin nicht runtergepumpst so wie du wieso pumpst du da runter äh weil deine verschwätzten füße hier alles rutschig gemacht haben das ist bald irgendwas passt es genau passend und mein skin schubs die so kacke runter dass du außerhalb der map landest die kacke erste die spritz die blöck oh nein, das mag Darko ja so gar nicht hier nein nein hey hey du beweg dich doch weg da ich hab's dir gesagt irgendwann und jetzt war der moment gekommen vor allem das ist die erste map bei der du darauf bestehst dass du vorgehst und bei der du wirklich jemanden weg rein kannst gg 815 plus 813 great job to you again bonus level nicht so ich sage mal du kannst echt nichts weiter sein ist das geht bei dir irgendwie nicht wohlgemerkt ich war immer zweiter das als 10 es gab heute schon oft haben da warst du erster ich war ziemlich lange immer erster und du hast mich zum schluss immer überholt weil ich immer nett bin und warte da ist eine fallung sag ja du kannst nicht warten ich höre dein dreckiges räudiges lachen aber du kannst du kannst trotzdem nichts weiter sein das geht bei dir nicht da du musst immer erster sein es ist wirklich so das ist in vielen spielen so wenn du zweiter bist du bist dann irgendwie immer angepasst wenn du eine sache schon nicht schaffst wenn man auf einmal stehen bleibt und jemanden runter schaffst ist das normal naja ich würde auch eben stehen du bist auch stehen geblieben und ich bin nicht gewählt könnte und abgesehen davon das war eigentlich was ganz anderes und das war ein schöner slide geht doch ich bin zwei möglichkeiten entweder lasse ich dir zehn level vor oder du lässt mich zwei level vor weil bei dir sein das funktioniert ja dann lass mich doch vor wenn dann die gas ich lass dich ja gerne vor das ist gelogen ich hole dich nur irgendwie immer wieder ein ja weil du nicht langsam und ordentlich machen kannst du musst immer schnell 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 machen okay das ist scheiße was du bremst vor solchen sachen immer wieder ab ja du darfst nicht gut das war es schon ok 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 reicht nicht mehr scheiße ab 0 gold hintereinander wegspam da wird es multipliziert wird aber immer weniger ja so dann war es das auch mit der map map code gibt es hier meine video beschreibung wenn es euch ein bisschen gefallen hat das gerne auch noch um da das kommentare da und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten video bis dahin bleibt entspannt genießt den tag und bei bei